sie 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 schön na komm wir laufen über ein Kaninchen rum ja oh nicht runter gefallen doch tatsächlich aber da war eh nichts nichts drin, gutes ich dachte ich hätte gerade einen Spieler gesehen sie sind und erinnert sich weil also hier ist gar nix ist gar nix das ist echt gut durchgekommen ja hast du eigentlich eine gute Kaposi auf Elektro? so ich weiß es nicht so wirklich also ich würde mich da jetzt irgendwie an den Ballwand schälen ja, würde ich auch sagen gut, äh direkter Wegrock oder? da drüben siehst du den einen Turm ne achso es gehts ja bloß immer hoch auf freie Fläche hier ich muss sagen ich schüsse sehen mit ich bin ein Sprung kommt uns bald ist nicht und so ich finde schon nur nur aber eigentlich was du in der Waffe aus wovon erster mit doch zweimal also insgesamt 60 Schuss war schon weißt du dass wir da ein bisschen Saver sind vielleicht dass wir gerne haben können gut bei meinem Sniper wenn ich ihn treffe gut dann ist es vorbei dann haben wir ihn erledigt wenn ich ihn aber nicht treffe muss ich immer heftig nachladen und außerdem ähm äh wenn ich hier gelaufen bin und dann halt scope wackelt das einfach so heftig ja ich muss echt bestimmt 20 Sekunden rumstehen ohne was macht zu haben nur dass er einigermaßen still ist das stimmt das ist ein bisschen doof aber auf bei Rock habe ich gute Erinnerungen da hat auch unsere Season angefangen das ist ziemlich geil denn es dann nämlich die Panzer gesnackt hat das war so geil das stimmt war auch super denn jetzt so erstmal gucken drüben das war halt Posi wo ist denn Rock jetzt hier für ne Scheiße das ist ja diese Abzweihung hier das war es auch eine Straße sind die Stelle hoch 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 da runter gut zu tun in dieser Bestiege den Besuch bis zu der Straße hoch hoch gelaufen und da sie ja 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 da das sind überleben nach Niki ja ziemlich lange Zeit ist schon sehr cool ich hätte irgendwie auch Bock so demnächst mal mal nachzuzocken wenn man das nächste Mal sterben jetzt hier ja kann man machen oder so oder so in der Morgenbemerkung oder so das muss ich ja ja dann darfst du eigentlich so spiel abends zocken die meisten Zolle sind ja ja um gmt-7 oder so und dann und das ist natürlich wir sind doof so ich glaube diese Straße sind wir sind wir damals gut er hat genau die Straße sind 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 wir damals untergefahren mit dem Panzer ja und die an das kann ich mich ändern und es steht in die entschied ja wenn ich jetzt Prozent was ist könnte oder so oder halt Kumpel und Schlesen könnte dann wäre es wirklich geiler aber naja da ist auch schon Rock Spon da eigentlich auch nicht viele Sachen außer Helis äh ich glaube das ist wie ein Supermarkt kann man sich so so Baustelle so food trinken ist da drinnen allgemeiner Schild und Leute und Zombies Zombies hier auch zum Beispiel durch den Band durchgepackt werden und die sagt kann man rein haben wir also ein Bullshit Moment das ist glaube ich für dich ganz geil oder zweimal noch ja geil nice one das ist gut aber ich habe jetzt mich fünfmal und die Führung ok hier um die Ecke durch die gleichen Zombie sein aus raus das ist safe oder äh genau ah gut okay na gut das habe ich schon in der Backe gibt es noch irgendwas kann hier in den Turm rein ich weiß gar nicht wie man reinkommt man hier aber auch wo man ach da drüben in den Turm können wir rein ne den können wir auch rein ne den können wir auch rein ah ich weiß es nicht das war ein bisschen zu viel das ist echt so das sind natürlich ein bisschen doof jetzt gerade äh wo müssen wir denn lang aus Süden ne ähm ah Südwest ja würde ich auch sagen auch schon so ja auch Südwestern wo bist du denn hier hingelaufen hm Südwest da ging es auch in Südwest ah da bist du muss mich nicht haben nicht gesehen supi weil wir es auch diesen einen Rehstand abklappern ooooh der ist jetzt aber weg das ist ein bisschen umweg das ist echt ne ab das ist auch wieder die Straße da gut dann laufen jetzt dann würde ich sagen dann Schillen sagen doch wie genau erstmal wie ich mal von da schon mal sehen kann genau da ich was spannend Triggern und nachvoll getötet und f-strich op-strich IK X dann dieses ungefähr Zeichen und ein Grunde Zeichen dann 3p und ein Strich CS und dann Torell und schütt und Prozent wo müssen wir dann laufen ich bin auf der Straße ich bin auf der Straße und auch da hast du steht sein nur da wird ja ja ich bin ich will gerade sagen ja weil man muss mehr gefällige Zonen ich bin ich bin dass das nicht du bist der Mägerung bei mir der Wälder Straße laufen was es ist es ist ja noch eine Straße ich ist nicht es ist denn jetzt Fragezeichen ich weiß ich weiß kann wir hier runter das ist diese 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 ist es in der Straße da nee 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 dass sie brauchen also wir haben das ist ja das ist ja die Gäste einmal Prozent zum großen Bogen ach so ach so ach so ach so ach so ich habe gefragt war bis zu st schief so wir sind mit Spannern und die die zu sehen nicht hin zu stellen wir haben aber das ist eine nach das ist so ich bin mir aufgeregt aber werden nur zu langer spannenden historie dann würde ich sagen lieber hoch und dann gucken wir uns auf Elektro runter was man so sehen kann es schon er an einem es sollte ich nur nicht denn da sind du schützt über den Sniper und dann würde ich sagen passt das vielleicht ist die Partie auch in Schärven ja dann werden die Führung der Anziehung oder so und dann können wir uns ja um Cherno um Elektro rumchillen oder so wenn es ungern reingehen nein und dann können wir uns um Elektro rumchillen und dann über Priorität gehen nach Cherno rein obwohl ich jetzt bei Cherno nicht so die geilen Posis kenne so Prozent bei Cherno da kannst du mittenrein und genau der Mitte von Cherno ist ein Fabrik Beulet ist ganz hoch klettern und Prozent das war ganz viel mehr dieses große da bist du ja mitten auf dem Turm drauf und hast du diese Vorsicht ja allerdings haben auch Leute die irgendwo rumstehen rumlaufen nicht zum Beispiel falls ich sehe in jedem Baum den Typen die auf die auf die Zielgruppe das ist richtig extrem nicht um nur kurz zu fällen drücken durch die Böse machen wir kurz gucken wie voll eine Festplatte ist er hat über die ich bin Prozent 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 der erste Mal gemacht hatte wenn du sie ab und das ist ausgerastet da wird auch ein Bildschwein gewesen wäre zu uns nur aber das ist unheimlich ist es war vor allem jetzt hier und dann ist alle wenn wir mit der Runde sind oder so denn dort ist auch richtig beliebt ist es ist nicht aufpassen nicht laufmesser nicht dass hier so ein Fest es liegt jetzt schon so noch gegen die Sonne die Scheiße vor allem an der Kanäle die Sohn wie der Puls hoch geht noch Ja, so geil Ja, noch sind wir auf der selten Seite Eigentlich Guck mal was soll das abgehen? Guck Sie ist ein Zeiger aus dem Wert Warton schien er hat den meisten fernst du sagst du sagst du sagst du bist um ich habe kein begegnet hier ist es ist krass vor allem bei uns zu haben das wird bei so vielen Scheiß Typen kein ein wie in keiner soll das ist nicht der Karte der Rie ein Verkündungszellen würde ich sagen jetzt sind die Frage es wird er müssen wieder weitergegangen neben dem Euro doch das ist da muss das Schöne Elektro aber das kann man nicht sehen wir die ganzen Scheißbäume wir sind Stimmt ich glaube wir müssen mal einen Panzerraum und die alle wegmähen das ist so geil wie Panzerbäume umfahrene ganz breit war ziemlich schnell hier rein zu tja Fire Station mal gucken wie das da aussieht mit Leuten also du kannst nicht oben bei der Bahn wo wir auch schon ein paar mal waren darüber sind so ein Waldstück du kannst dich da in den Waldansatz kann man sich richtig gut rein sneaken und damit na ja und dann damit nur es bleibt bei uns die Ehe der Bindsee in der Fall der Städte es ist da war aber dass das das Geld hatte aber dort ist ein sie sich nicht ganz bestimmt bis in der Städte sind auch aber es war nicht so doll ist Wackel zu sehen sind die Uhr während der dann der Mann vom Bisschen das war die Städte ist er dann herauskommt oder so sehr stark daneben warte muss ich noch Heli? hast du ihn auch? ne aber wir haben jetzt zum ersten Mal glaube ich jedenfalls für äh die leute meine Pistole oder? äh meine auch da leute nach 400m ich hoffe ich den Heli näher kommt ich höre gar kein Heli doch jetzt ja wo ist der Scheißteil ey? da ist der Lotta ne? ne ne da da Klauscht der da oder was? keine Ahnung ich seh den noch gar nicht er ist wieder in die Pistole rein da hinten er ist ein Zombie ja ich finde, ich fühl mich, oh Magix, richtig, warum? aber ähm wollen wir uns eine Posi suchen? weil du hast aber geschossen, dann machen wir uns immer so, dass man sich eine Posi sucht hier sein da ihr seid na, hier seid na hier seid na blute blute zertot blute zertot ich weiß es nicht in fast tot Ja, gut, aber er ist auf jeden Fall tot. Nee, ist er nicht. Hä? Wo? Ja. Au. Ich bin tot. Aber ich bin auch tot. Ha, ha! Oh, nein! Hammergeil! Oh, nein! Hammergeil! Ja, geht's vorbei. Oh, Alter, wenn ihr wusste, wie ich kann immer ein Schuh mit einhänge. Oh, meine Fresse, Alter. Fuck your heart, Alter. Sag was. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Oh, come for you. Just fuck you. Fuck you. Just fuck you, man! Fuck you, man! Fuck you, man! Oh, man, ey. Oh, ich kann nicht erboren, nein, also das... Leute, ich hab' nicht lebe noch. Ich lebe noch, Alter, ich lebe noch! Nee. Leute. No! Also ich kann mir nur ganz knapp bewegen, aber... Aber du auch? Du sagst, wenn dir alles weiß? Aber... Ich kann nichts mehr machen. No, nicht. Ich hab' auch kein Gena oder so, ne? Naja. Na, Leute, da sind wir wohl tot. So eine Scheiße, ne? Dann würd' ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir noch gesporned sind, hot rein.